Hi, ich bin der Michi von VL Drum Cover und heute zeige ich euch mal keinen Cover Clip, sondern wie ich hier dieses nette Paket aufmache bzw. was da drin ist. Das ist ein Paket von der Firma Thomann, was ich heute angeliefert bekommen habe. Was ist da drin und was habe ich vor? Ich möchte so ein bisschen tiefer in das Thema Drum Recording einsteigen und habe mich da von ein paar Tagen mal online ein bisschen schlau gemacht und ein bisschen auf der Homepage von der Firma Thomann gestöbert, um zu schauen, in welchen Preiskategorien bewegt man sich da so. Um ganz entspannt und locker in das Thema einzusteigen, habe ich mir hier mal so ein kleines Starter-Set zusammengestellt. Leider ist nicht alles dabei, was ich bestellt habe. Das USB-Audio-Interface von der Firma Behringer, das UMC 1820, ist leider erst in zwei bis drei Wochen erhältlich. Dafür habe ich mir aber alle anderen Sachen schon mal bestellt, um einfach schon mal ein bisschen was vorzubereiten, schon mal ein bisschen aufzubauen. Hier ist ein Mikrofonset drin, hier sind Mikrostative drin und ja noch so allerhand Zubehör und was ich der Meinung bin, was man so braucht. Ja, da würde ich sagen, fangen wir mal an, das Paket aufzumachen. Das ist gar nicht so leicht, sieht auch ein bisschen lädiert aus. Ich hoffe, dass das, was da drin ist, alles unbeschadet überstanden hat, den Transport. und ja, dann mache ich es einfach mal auf. So. Sieht zumindest ziemlich sicher und gut verpackt und geschützt aus. Ich schmeiße es einfach mal hier beiseite. So, das erste, was man hier schon sehen kann, ist ein Wall Rack der Firma Millennium. Ich meine, das ist eine Eigenmarke irgendwie von der Firma Thomann. Ich habe mich für einen Wall Rack entschieden. Ja, vor allem auch aus platztechnischen Gründen und das soll man wohl an die Wand schrauben können. Da wird dann entsprechend das USB Audio Interface reingehängt und ja, fand ich eine ganz nette Sache. Mal schauen. So, noch mehr Verpackungsmaterial. Was natürlich für Mikrofone nie fehlen darf, sind Mikrofonkabel. Ich habe hier ebenfalls auf die Hausmarke der Firma Thomann zurückgegriffen und habe mir hier acht XLR Mikrokabel bestellt. Ja, ich habe mal zehn Meter lange Kabel genommen, um einfach das entspannt auch dann um ein Schlagzeug herum verlegen zu können. Und ja, ich glaube, da ist man am entspanntesten, als wenn es dann irgendwie um Zentimeter oder Millimeter geht, das braucht kein Mensch. So, hier haben wir schon mal zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Also, alles dieselben Kabel. Keine große Sache. Schwarz. Muss man nicht viel zu sagen. So, dann habe ich mir zwei Mikrofonstative ausgesucht. Die sind, aber das sind Galgen. Galgen-Mikrofonstative. Die sind hier auch von Millennium. Und ja, dadurch, dass die sich... Die werden eh nicht viel in Bewegung sein. Ja, ich habe immer so ein bisschen, lese ich in den Rezensionen, dass die anderen Kunden beschweren sich so ein bisschen oder beklagen so ein bisschen die Haltbarkeit. Aber dadurch, dass ich in meiner Schallschutzkabine, wo mein Schlagzeug drinsteht, da wird sich nichts bewegen in irgendeiner Form. Und insofern denke ich mal, ja, reicht auch die Qualität. Also, ich bin da eigentlich recht urwesichtlich. Davon gibt es zwei Stück. Weil auch zwei Overlap-Mikrofone. So, dann habe ich noch ein weiteres Mikrofonstativ. Und zwar, das ist ein bisschen kleineres Stativ. Das ist auch von Millennium. Das ist MS 2006. Das habe ich mir dazu bestellt, weil ich brauche einfach natürlich ein kleines Mikrofonstativ für das Bassdrum-Mikrofon. Also auch nichts mega außergewöhnliches. So, dann geht es weiter. Natürlich um das USB-Audio-Interface dann entsprechend auch in dem Wand-Rack befestigen zu können, habe ich mir hier so ein paar Schrauben, so Nylon-Unterlegscheiben. Und wie haben sich das so Square-Nuts bestellt? Ja, die sind halt, also ich habe schon gelesen in dem USB-Audio-Interface von Behringer, sind keine Schrauben mit dabei. Und wurde also empfohlen, sich die entsprechend mitzubestellen. Das ist einmal hier von Adam Hall, das 5.660 Square Nut-Pack. Da sind 20 Stück drin. Dann ebenfalls von Adam Hall, so ein Screw-Pack. Und auch mit 20 Stück. Die Hintergrundgeräusche bitte ich zu entschuldigen. Zwei von meinen Katzen meinen hier gerade, ja, ein bisschen rumzuspielen sollen sie machen. Solange sie die Kamera nicht umwerfen, alles gut. Und dann, ja, halt zusätzlich noch hier von Adam Hall, so Nylon-Unterlegscheiben, auch 20 Stück. So, dann kommen wir schon zu einem der wichtigsten Komponente. Und zwar ist das hier so ein nettes Köfferchen. Das ist ein Mikrofon-Set von T-Bone. Ist auch eine Thomann-Eigenmarke, soweit ich das weiß. Und, ja, da sind also... Das ist die Version 1500. Da sind also ein Bassdrum-Mikro mit dabei, zwei Overhead-Mikros und vier Tom-Mikros, beziehungsweise Snare-Mikros. Ja, die meisten oder viele Schlagzeuge haben ja so ein Standard-Set mit zwei Hänge-Toms und einer Stam-Tom. Ich habe jetzt zwei Stam-Toms, dann zwei Hänge-Toms und deswegen habe ich jetzt im Prinzip hier ein Mikro zu wenig. Ich werde also diese vier CD65-Mikrofone nur für die Toms verwenden. Natürlich jedes Bassdrum-Mikro, die zwei Overheads. Und ich habe mir dann noch ein extra Snare-Mikrofon mitbestellt. Ja, sieht eigentlich ganz ordentlich aus. Hier sind auch noch so Tom-Halterungen dabei, dass man die Mikros entsprechend an die Toms anschrauben kann. Und, ja, genau so habe ich mir eigentlich vorgestellt. So, dann schon wie erwähnt das Snare-Mikrofon, was ich mir dazu bestellt habe. Das ist auch von Tibor und das ist ein CD56. Leider war jetzt hier im Lieferumfang keine Tom-Halterung dabei, beziehungsweise keine Snare-Halterung dabei. Deswegen habe ich mir dann noch dazu bestellt so eine Snare- oder beziehungsweise so eine Mikrofon-Halterung. Dass man entsprechend das Snare-Mikro dann auch an die Snare dranschrauben kann. Und das ist auch von Tibor und ist das SRM1. Ja, auch nichts Großartiges, Besonderes. Dann kommen wir zu was, was ein bisschen, ja, wo ich als rum überlegt habe, ob ich das machen soll oder nicht. Ich spiele ja ein D-Drum-Hybrid-Schlagzeug und dort ist in dem Resonanzfeld der Bassdrum, ist also kein Loch vorhanden, wo man jetzt entsprechend ein Mikro in die Bassdrum reinlegen könnte. Oder ein Bassdrum Mikro an einem Beckenständearm entsprechend ausrichten könnte. Ja, ich habe mal so ein bisschen auch bei anderen YouTube-Videos geschaut, wie andere es so machen. Manche sind da knallhart und bohren oder schneiden sich da einfach so ein Loch rein, was optisch jetzt nicht gerade super ist. Ich habe mir jetzt beim Thomann hier, wie heißt die Firma Bassdrum O's, habe ich mir so einen 5-Inch-Ring gestellt. Dazu noch so einen Ring-Cutter und ja, mal schauen. Vielleicht mache ich dazu noch ein separates Video, ob ich erfolgreich oder weniger erfolgreich so ein Loch in meinen Resonanzfeld reinbekomme. Wie gesagt, bei meiner D-Drum-Bassdrum ist halt eben kein Loch im Resonanzfeld. Und ja, mal schauen, ob ich das so wie das andere hinbekommen haben, ob ich das hinbekomme. Ja, das war es auch schon. Was ist jetzt hier noch drin? Das ist scheinbar irgendwas hier wegen der Garantie mit irgendeinem lustigen Comic. Ja, lese ich mir jetzt nicht durch. Das war es im Prinzip. Also, ja, jetzt muss ich erstmal gucken, wie ich den ganzen Verpackungskram wieder los werde. Thomann ist ja immer recht großzügig, aber auf der anderen Seite, das Zeug ist geschützt, so wie es ja auch sein soll. Und ja, im Großen und Ganzen war es das eigentlich gewesen. Also, es kann sein, dass es jetzt erstmal die nächste Zeit keine neuen Clips geben wird, weil ich bin jetzt eigentlich schon ein bisschen heiß drauf. Ich werde mich jetzt erstmal in den nächsten Tagen mit der ganzen Installation beschäftigen, von den Sachen, die ich mir hier gekauft habe. Und wenn dann in hoffentlich zwei bis drei Wochen dieses USB Audio Interface von Behringer kommt. Ja, mal schauen, ob ich das Ganze zum Laufen kriege und alles so funktionieren wird, wie ich mir das vorstelle. Gut, ich hoffe es hat euch ein bisschen gefallen, Spaß gemacht, informiert. Schaut gern auch mal auf meiner Facebook-Seite, einfach VE Drum Cover. Ich habe auch einen Instagram-Account. Und ansonsten, ja, danke für die Aufmerksamkeit und macht's gut. Ciao. S,